Hallo und herzlich willkommen zu einem ASMR-Video. Don't scream, ich darf nicht schreien. Ich, ich... Oh, ja. Herzlich willkommen zu Don't Scream. Ich darf in diesem Spiel nicht schreien. Ich bin ja ein absoluter Schisser. Und ich durfte ja schon einige Horrorgames testen. Und dieses Spiel soll mega krass sein. Also lasst ein Leigenthaler dafür, dass ich mir die Scheiße hier gebe. Also man muss jetzt irgendwie 18 Minuten durchhalten, ohne zu schreien. Also ich muss hier 18 Minuten durchhalten. Also ich darf nicht nur rumstehen. Ich muss mich bewegen. Dann habe ich auch... Also dann rennen die Zeit nicht runter. Ich habe nicht geschrien, Mann! Mann! So würde es jetzt gehen, wenn ich jetzt so ganz normal rede. Ganz entspannt. Auf Lock. Wallah, ich bin Hamdula. Ich werde nicht schreien, oh nein, oh nein. Ich werde hier ganz einfach nur langlaufen. Ist hier ein Flugzeug abgestürzt? Okay. Ist das echt? Das sieht so echt aus. Oh, da hinten flackert was. Will ich zu dem Flackern gehen? Ja, wir gehen da hin. Wir gehen da hin. Oh, irgendwas fliegt da. Okay. Warte, da hängt jemand. Da hängen Leute. Okay. Das ist mir aber auch schon zu echt. Das ist mir schon zu echt das Spiel. Na? Na? Oh, ich fange schon wieder an zu schwitzen. Ich komme gerade aus der Dusche. Dann schauen wir mal. Hat jemand gerülpst oder so? Oh, es sind so viele Geräusche. Es wird auch dunkel, oder? Ja, okay, 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 okay. Warum? Warum? Kann ich nicht einfach 15 Minuten noch im Kreis gehen? Oh. Oh. Oh, nee. Ja, 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 ja. Warum gehe ich denn überhaupt da hin? Ja. Okay. Oh, oh, oh. Oh, da drin ist irgendwas. Hallo? Oh, da kommt gleich einer von der Seite. Ah. Ah. Das war doch kein Schreien. Ich habe dann... Ich kann schnell rein ins Cockpit. Und wahrscheinlich genau dann dunkel, wenn wir da ankommen. So eine Scheiße. Wieso tue ich mir das jetzt wieder an, ey? Oh, jetzt ist gar nicht... Ich will hier. Äh, gar nicht hell. Okay, also ich habe ja keine... Warte. Hm, 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 hm. Okay. Hm. Okay. Oh, Scheiß! Wie haben die das gedreht? Das ist doch... Ist doch real. Das ist doch real gedreht, oder nicht? Ich kann das nicht, ey. Also ich bin schon wieder richtig am Sweaten. Ich mache das schon wieder richtig fertig. Ich mache das schon wieder richtig fertig. Die Frage ist, kann ich woanders lang gehen? Aber ich will das jetzt eigentlich gar nicht ausprobieren. Wir machen das jetzt noch einmal genau so. Und wenn wir jetzt dann nochmal sterben, dann gehen wir woanders lang. Aber es ist echt gruselig gemacht jetzt schon. Ich finde es jetzt schon sehr gruselig. Imagine, wenn ich jetzt hier wirklich lang laufen würde. Ich würde mich so einkacken. Wenn ich in real life jetzt auf einmal so ein abgestürztes Flugzeug... Es fielen auch irgendwie die ganzen Toten. Die sind bestimmt alle zu Zombies geworden. Ach man, ich weiß halt jetzt schon, was gleich passiert. Und das macht mich so fertig. Ich bin auf den Moment noch gar nicht vorbereitet. Ich weiß gar nicht, was ich da machen soll gleich. Ich kriege das System aus. Jetzt wird es dunkel. Oh, jetzt wird das Bild gruselig. Ja, für mich ist das ja die absolute Hölle. Ich schreie aber jeder Scheiße auf. Und jetzt bin ich hier in diesem Wald. Und es ist alles so dreckig und kalt und nass. Und überall Tote und was? Und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich darf nicht laut sein. Das macht mich völlig fertig. Das macht mich völlig fertig. Das macht mich völlig fertig. Oh, scheiße, Brudi. Hier ist so nass, kalt, schweiß, alles warm, kalt. Mutti. Ich räume auch mein Zimmer auf, wirklich. Aber bitte lass mich hier raus aus diesem Ekelwald. Oh, scheiße, gleich kommt irgendwas aus dem Busch. Und ich darf nicht schreien. Alter, oh, scheiße. Ja, genau, das ist in Ordnung. Das sind nur Vögel. Das sind nur Vögel. Das sind nur Vögel. Oh, ich liebe Vögel. Äh, Vögel. Ich find's geil. Jetzt hier zu sein. Warum ist hier ein Haus? Warum ist hier ein Haus? Warum ist hier ein Haus? Warum geh ich da rein? Warum geh ich da rein? Warum ist hier ein Haus? Ich will mich nie wieder umdrehen. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, no. Oh, no. Oh, fuck. Oh, shit. Ich bin umgefallen. Okay, was ist hier los? Jetzt trägt sich das Spiel am Ende einfach aus. Bestimmt gibt es in jeder Richtung irgendeinen Scheiß. Aber hier ist halt ein Friedhof, Junge. Als ob ich auf einen Friedhof will. Jetzt weiß ich auch gar nicht, was hier passiert. Okay, es ist scheinbar doch nicht echt. Das sieht super echt aus. Okay. Ey, voll krass, dass ich wirklich auch in die andere Richtung gehen kann. Damit hab ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich dachte, ich lauf jetzt hier gegen irgendwie so eine Wand. Ich weiß da schon gerade gar nicht, wo ich hinlaufe. Ich verlaufe mich hier gerade mega. Da wurde geschrien. Jetzt sieht gleich das Licht aus. Oh, scheiße. Jetzt wird es dunkel. Okay, der Weg ist überhaupt nicht besser. Hinten war wenigstens Licht, oder was? Oder wie, oder was? Oh, nein. Ich weiß nicht, was ich mache. Okay, hier ist ein Haus. Aber warum will ich da hin? Ne, 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 ne. N-n-n. Ähm. Da läuft jemand. Da läuft jemand. Ey, ey, nee. Ich muss hier weg. Oh, das macht mich so fertig. Das macht mich so fertig. Ach, hier ist jetzt wieder so ein Ding. Das ist aber ein anderer. Das ist ein anderer diesmal. Oh mein Gott. Ich habe überlebt. Ich habe... Ich habe überlebt. Ich bin einfach nur gerade raus. Das ist mir zu dicht hier. Oh mein Gott. Ich gebe mir so Mühe, nichts von mir zu geben. Oh, das ist echt schlimm, Mann. Das Spiel ist so schlimm. Ein alter Trailer ist das. Oh, das ist ein Haus. Sieht aus wie so ein Trailerhaus. Richtig abgeranzte Fickbude hier. Ich komme hier gar nicht rein. Ich kann nichts drücken. Ach, du Scheiße. Was ist denn jetzt los? Ja. Du kannst mal alleine schreien. Ich darf ja nicht. Ich würde so gerne mit dir mitschreien. Okay, ja. Wir haben fünf Minuten überlebt. Wir haben fünf Minuten ganz auf... Ach, du Scheiße. Wer bist du denn? Ja, hallo. Nette Dame. Ich habe schon damit gerechnet, dass es mir jetzt in die Fresse springt. Ich... Aber ich fange gleich wieder an zu heulen. Hier hoch. Alter, das ist so schlimm. Ich will nach Hause. Ich will das nicht mehr. Ach, die weg. Ach, das ist die von unseren Ringen, oder was? Oh, nee. Ich kann nicht mehr. Ja, was hast du denn? Ich habe... Ich habe... Ich... Ich... Ich weiß... Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich bin komplett im Arsch. Ich bin ganz nass. Alles nass hier. Ich schwitze mir einen ab. Und ich habe jetzt schon meinen dritten Herzinfarkt in diesem Spiel gehabt gerade. Oh, gib mir was zu trinken. Also, ich bin wirklich so am schwitzen, ne? Es ist nicht mehr feierlich. Hallo? 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 Ich habe ja wirklich in echt auch Angst im Dunkeln. Yo. Jetzt bin ich wieder hier. Da ist irgendwas langgekrabbelt. Ach, du grüne Scheiße, ey. Fünf Minuten noch. Fünf... Minuten noch. Wir müssen einfach nur nicht schreien. Wir gewinnen das Spiel, wenn wir einfach nur nicht schreien. Ich habe einen Mega-Puls. Ich bin hier überhaupt nicht gemacht für sowas. Und... Ich habe wirklich... Also, mir kamen wirklich gerade auch die Tränen. Ich habe richtig Angst. Oh, nein. Oh, nein. Nein. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich bin komplett durchgeschwitzt. Ich habe das jetzt 40 Minuten probiert. Am Anfang hatten wir ein paar technische Sachen. Aber, ja, so mit vier Tries oder so. Ich glaube, mehr schaffe ich nicht. Ich schaffe es jetzt nicht nochmal. Ich bin komplett durch. Ich muss mir mein T-Shirt umziehen. In dem Sinne, haute rein. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich muss jetzt erstmal kurz auf mein Leben klarkommen. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video.